Man braucht nicht immer die größten Erlebnisse. Manchmal ist es einfach das Schönste, schon alleine eine tolle Zeit mit tollen Menschen zu verbringen. Egal wann und wo, genieße die Zeit und mach das Beste daraus. Mach Bilder, um Erinnerungen festzuhalten, denn manchmal sind die Einfachsten die Schönsten. Was ist es, Freund?